Tja das sind jetzt falsche Prioritäten. Ich wäre wahrscheinlich erst mal auf den Multi-Kill gekommen. Wow, hier ist ein Tank-Sniper. Ich glaube. Auf C. Der letzte Typ ist Tank-Sniper, wenn ich mich nicht irre. Ja, hab ihn mit den Nails. Probier den, die es Holzvermalz zu halten, aber die kommen irgendwie nach. Ich mach Meat Shields. Ach du Scheiße, das sind da oben viele. Was sind Bilder? Alter, die sind ab da oben. Wir müssen ganz viele Obern! We have taken objective Charlie. Ach da ist ein Vorwitzel. Oder was auch immer. Ne. Standard? Standard. Ist jetzt übelst bescheuert, wenn zwei Hautzer gegeneinander spielen. Beide Two-Hit, egal ob sie Quick Repair machen oder nicht. Links ist einer, Fredrik, oder so. Ja. Ja. Okay. Der Typ. Ich picke ihn. Er neift erstmal in die Luft, wild. Ja. Okay. Ich picke ihn. Er neift erstmal in die Luft, wild. Aber ich weiß nicht. Gegeben komm ich nen Headshot. Durch die Wand? Durch die Plane halt. Aber eben durch, durch, durch die Plane auf dem gespielt. Ach du, ich dachte, du hättest nen Headshot durch die Plane bekommen. Nein. Ja, ich hieß da durch und dann komm ich nen Headshot zurück. Das war richtig. Nope. Einfach. Ah, neuer Squad Boost. Perfekt. Leute heute. Beste. Schon ganz schön geraced in den Squad mit 200 Zehnern. Stimmt eigentlich. Und wieder zu C. Auf C ist ein Rückzugspanzer. Echt was? Ein Franzosenpanzer. Der ist auch schon mal. Rückzugspanzer. Weil du so schnell rückwärts fahren kannst. Ein Franzosen-Tank ist. Doch jetzt. Ja. Hält das vier Schüsse aus von dir. Oder stirbt nach dem vierten. Und was war da gerade neben mir? Was hab ich hier in die Luft geschossen? Ach das war dieser. Das Armut K. Nee oder? Nee das war's nicht. Das war das Armut K. Zurückgängnis. Ja. Das ist auf diesem Moment auch schon so, dass man die ganze Zeit backcapt wird. Einfach nur. Der Flagge ist einer. Guck mal. Oben direkt. Neben Max zu sein. Wow. So das war ein Trendy-Fighter. Ich hätte da klappen können. Scheiße ey. Komm ey nur Nades wieder. Da kommt der Franzosen-Panzer. Ja. Fläger und Kill. Wurf. 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 Hat mir nen Helder gegeben der Franzosen-Panzer. Lass uns mit der anderen Seite noch mehr. Und die ganze Zeit. Wurf. 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 hab ich den nicht was? oh my god, da kommt ein Pferd so ein engen Bogen kann sich was ist dieser Typ? da kann keins engen Bogen reiten, um mit seinem zu holen das geht sich nicht aus das ist... achso, das ist... der Gunner vom... Attackplane schießt auf mich ok der hat Low-Header-Typ der Moment ja das steht in Heavy-Tank GG was geht hier grad wieder ab, ey? AUA der hat mich schon... ALTER der hat dich geholt? ja der hat mich instant gefokust, als der rausgekommen ist einfach hat nicht nur nach rechts und links geguckt, sondern instant einfach nur auf mich geschossen äh, hier liegt mein MP18, wo er hier rausgekommen ist der liegt, ne? hier hier wo? wo? hier, vor mir Aua, da hab ich erstmal... ... grad nen Hader bekommen von sonstwo der steht so komisch da mit seinem G, kann man nicht und nicht hitten von hinten her ja man, der Dude hat seinen Mörser aufgebaut, jetzt kann ich's nicht mehr schiefgehen oh, hier sind einige Leute ja ja die die sind die 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 und hat mich angesehen, ist weiter gerammt. Ich weiß nicht, das ist ja nicht mehr, Jolo ist einfach nur dumm dann. Guckst du den Gegner an? Ah, nee. Ah, er vorhin wegen, das gibt mir halt fast. Freut mich nicht. Rechts irgendwo. Uh! Schon wieder Salon läuft mit seiner Selbstlader, fuck. Oh, krack. Oh, die Teammates haben immer so Reaction-Times von so einem Baumstumpf oder so. Solange sie wenigstens gespottete Gegner sind. Oh, wird ja angehütet. Das sind Nades wieder. Feindlicher Reiter abgesessen. Ja. Deutsch. Ja man, gibts mehr, gibts mehr, ja! Äh. Hat mir alle seine Nades in die Fasse geworfen. Crack und zwei E-T-Nades. Hm. Genug. Hat er genug, Mann. Kräfte einmal tief in seine Tasche und dann kommen drei Nades raus. Ja. Ja. Ja, okay. Ich darf wieder nirgendwo spawnen gerade. Geht doch. Ich hab mich nicht mehr richtig dran. Oh Gott. Oh Gott. Boah. Echt von dir. Wow. Erstmal Gas-Karte werfen. Gehe ich da natürlich rein. Isonate. 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 Hab mich einfach durch dieses Dächlein da getötet. Und deine Waffe nicht. Ahahahahahahaha. Boah ey, dieses Ding ist die sonst wo. Bitter ey. Nein, da kommt ne Automatik hoch. Das wird schief gehen, Frederic. Gegen die Automatik hoch. Ich sag's schon mal. Der kämpft auf die Tür. Wenn wir rausspringen. Er trifft das Fenster nicht. Oh mein Gott. Jetzt ist er rausgesprungen. Er hat das Fenster nicht getroffen. Wie kann man denn ein Fenster nicht treffen? Das kann sein. Ja. Der Typ weiß auch ganz klar nicht wo er hingucken soll. Nicht so wie ich. Ich hab mir im Runterfallen drei Hände gegeben. Och Mann. Und dann war die. Also so wie ich den ganzen Tag. Einfach nur. Ne. Rückzugsponsor. Wo bin ich denn jetzt gespawnt? GG. Boah, ich würde hier ja so hart geraped werden. So wie Max. Und wo? Unten. In dem Haus. Oh Gott. Jetzt noch ein bisschen weiter rechts. Jetzt noch ein bisschen weiter rechts. Ach komm. Losenpanzer. Rrrr. Nur Hater! Was ist denn heute los? Warum geben denn die Leute nur Headshots? Das ist absolut krank. Ich hätte eigentlich mal mitzielen müssen. Wie oft ich heute durch Headshots getötet wurde. Fuck. Oh Gott. Kann ich mal bitte aufgehört. Irgendwie mal aufhören, dass ich da aufzupressen bin. Schlimm, ne? No. Ich bin so ernst. Natürlich. Die Runde hat so gut angefangen. Gib dir bald Abendessen, Frederic. Dann kannst du mir entfliehen. Ja, gib heute eine halbe Stunde später Abendessen. Aber ich werde vorher schon aufhören. Ich glaube, das war mir letztendlich erstmal. Ah geil. Den darf man nicht treffen. Nice. Oh Gott. Ich bedanke mich. Überall Franzosenpanzer, ey. Was ist denn da los? Hier ist immer noch der gleiche. Alter. Was wird dann? Dieser Tank stirbt halt nicht. Der hat zu viel Leben. Ja. Der hält vier Haulzer-Tankschüsse aus. Nein. Ich wollte mich selber heilen, Battlefield. Ja, brecht ruhig alle ab, ey. Warum seid ihr alles so ein Ungenuss? Dieser Straven. Dieses Straven in dem Spiel, ey. Der ist fair. Von einer halben Stunde nicht mehr als 20 HP. Hm. Der ist fair. Hm. Die Mensch ist ein ganzes Automatikomagazin in mich rein. Könnte ja Gegner gewesen sein. Könnte ja Gegner gewesen sein. Oh Gott. Jetzt ist auch noch der Zug. Ich lebe. Hä? Wie habe ich das überlebt? Das Ding ist genau auf mich drauf gefallen. Einfach nur. Ah ja. Boah. Das ist ja heute richtig Akku. Boah. Das ist ja heute richtig Akku. Bäh. Da meinsch. Da. Feindlicher Stokelder. Warum sagt der in letzter Zeit immer PUSCH. Da drüben. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wenn ich nur ein Assault spotte. Gebt mir Amor verdammt, Mann. Dem ist einer gespawnt. Aha. Unlucky. Warnshot von hinten. Ah. Oben. Die Ketten oben auf dem abgestürzten Ding drauf. Beste Leben. Ja. Von da schießt man Gott auf mich. Oh wow. Drei Leute da oben. Ach rum. Einfach nur. Ach. Ach. So. Der wird mich wrecken. Der Typieren. Safe call. Ah ne. Er guckt in die vollkommen andere Richtung. Wollen wir nicht zurück gehen Max. Ja. Halt er dieser Ziel. Keine eine Richtung. Und vorwärts. Besonders dieser französisch anmutende Panzer hat mich eben dazu bewegt weiter vorwärts zu drängen. Ich hab da schon ein Gefühl gehabt, dass da kein Widerstand kommen kann. Ist ein Reflex. Ja. Ja. Das wird halt der Mutter mit. Du siehst, der Tank muss einfach nach vorne laufen. Auto wehe. Naja wenn der uns sieht dann. Ja schon. Da sind wir eigentlich zwei Spectator. Und zwei Trinkern. Ja. Ja. Dritte Empire's Edge Runde. Ich wollte noch was lernen. Ah das haben wir C verloren. Die haben ja nen Zug. Oh fuck. Vergesen. Er kommt zwar zurück gefahren. Mann. Ja. Ich werde jetzt hier getrapt vom Zug. Er steht nicht neben mir. Mh mh. Okay. Ich muss auch keinen Fick geben, dass er hier bei mir steht. Er cappt jetzt hier in Ruhe und dann haut er wieder ab. Wetten. Sowieso. Ich stehe hier einfach rum. Und warte bis er cappt. Können wir ein bisschen schneller hier. Du bist ein Zug. Ja. Aber warum man sich da drauf stellen könnte. Ohne dass man gerodekillt wird von dem Ding. Ich stehe halt echt direkt daneben. Und einige gebailt aus dem Zug. Jetzt fährt er wieder weg. Jetzt hat er mich gesehen. Ach komm. Schon jetzt noch? Na fick dich ja. Er hat einfach mehr als ein Viertel seiner Leben verloren hier auf der Flagge. Was ist mit ihm passiert? bitte der typ hinter das war der hacker move jetzt wecker move so ich komme jetzt mal zu dir können wir zusammen getrappt werden vom zug es ist halt echt lächerlich dass ich das überlebt habe ich habe mich direkt daneben gestellt jetzt haben die den zug und wir out cappen sie aber ja mann 25 gegen 30 so unbalanced die fünf leute würden voll den unterschied machen ja da könnte man noch ein paar mehr kills machen nein was lauerst du es gehört sich das halt oben in dem haus bin angehittet wenn du nicht hast noch einer fakt zwei und zwei in sender ist das zwei stück ich bin beide reingerannt jetzt erwischt vom felde Der will jetzt, hallo darf ich hoch springen? NEIN! Oh, Fighter ey. Der zweite Fighter hat auch nochmal geraapt. Oh Gott, er kommt zu mir geflogen. Hat er hingeschossen. Hätten sie wenigstens noch eh einnehmen können. Guck! Pfff! Hm. Ja. Magst du den Ball ja nicht schattet, mit dem du ihn so gut hast? Hm. Ja. Ach. Ja. Mir ist erst gestern aufgefallen, dass links hier eine Anzeige ist, wie lange es noch dauert, bis man die 200 Punkte für eine Defend Order bekommt. Ach, das ist dafür, oder? Ja. Das tickt runter, wenn du was von deiner eigenen Flagge markierst. Also wenn du deine eigene Flagge markierst. Wenn es abgelaufen ist und man auf der Flagge ein... ähm... getötet hat. One-shot rate, natürlich. Ähm... Dann kriegt man diese 200 Punkte. Oh, da ist ein Landchip. Dieses Mal gar kein Franzosenpanzer. Was denn da los, ey? Richtig langweilig. Oh, den ist schon mal... Schon mal... Von, von, von Baguette. Ja, da renn ich nicht wieder rein. Hm. Komm, ich mach. links ist noch einer hinten das kriegt mir jemand bevor er nicht zu Ende ist Na Friedrich, den nächsten beiden spielt es noch mit Jaja, jetzt liest sie am Ende wieder Ja man, ich habe heute minus 6,9 Millionen Put gemacht Wie oft das einfach passiert in letzter Zeit Dann bist du bei Null Das war's für heute Das war's für heute